Ich habe das, glaube ich, nur so im Gefühl gehabt. Haben wir eigentlich noch... Nee, wir haben keine Bomben mehr. Aber das sollte man eigentlich hinkriegen. Und vielleicht funktioniert auch hier dieser Trick... ...dass man dann einfach von der linken Seite des Bildschirms aussagt, der soll kommen. Und dann geht man aus dem Bildschirm raus und dann sind quasi die beweglichen Teile alle weggedacht. Und der kann einfach so hinkommen, ohne dass er explodiert. Das können wir ja gleich einfach mal ausprobieren. Ja, ist doch gut. Ich weiß, dass du traurig bist. Du bist aber ganz schön traurig, du. Jetzt, hallo? Steht doch mal auf. Äh, Kreis war das, ne? Ja. Ich habe immer Angst, dass ich den schlage und dass er dann irgendwie stirbt. Ah, nee. Nein, nicht mitkommen. Du sollst warten. Und dann wollten wir das ja von der linken Seite vom Bildschirm aus machen. So. Er darf jetzt nur nicht halt direkt jetzt in die Bombe reinlaufen. So. Mal gucken, ob es geht. Entweder war das jetzt Glück oder es hat wirklich so funktionieren. Das ist natürlich etwas einfacher, als es eigentlich sein sollte. Aber wir haben es geschafft, ne? Du kannst ja jetzt mal schön arbeiten, genau. Äh, und wir springen mal hier rüber. Holen jetzt den Aufzug hoch. Und warten erst mal ab und gucken, ob da irgendwas draufsteht. Nein. Ich muss unbedingt dran denken, dass da oben einer ist. Wow. Na gut. Jetzt ist der auch noch motzig. Aber zum Glück laufen die alle gleich. Oh, ich habe jedes Mal Angst. Sehr schön. So, dann können wir den jetzt auch schon mal direkt holen. Nein. Doch. Äh. Gut. Komm mit. Weil das sind, denke ich mal, hier die einzigen beiden, die wir da oben mit dem Vogelkreis retten können. So. Du da. Komm mal mit. So. Auf in die Freiheit. Und wir dürfen jetzt weitergehen und uns nochmal den Böhmchen widmen. Aber ich glaube, den müssen wir gar nicht alle deaktivieren. Da kommen wir. Weiß ich nicht, ob wir da so hinkommen. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja einen Mr. Quick Save. Der wird uns da vielleicht ein bisschen helfen. Ne, den müssen wir gar nicht deaktivieren. Das ist schön. So, was hier? Nix. Schön. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Zwei Stück waren hier nur. Das erscheint mir aber ein bisschen wenig. Oder kommt da noch was? Natürlich kommt da noch was. Ich höre einen schlafenen Slick. Da ist ein Geheimnis. Hilfe! 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 Ich glaube, dieses Geheimnis hat mit Gas, glaube ich, sogar schon zu tun. Mit Gas und Minen und alles. Nee, doch nicht. Erstens erschossen. Zweitens gegen die Wand geknallt. Drittens in den Abgrund gestürzt. Wunderbar. Ich hätte einfach... Ich hätte mich hängen lassen sollen. Ich habe mir gedacht, ach komm, da ist der Schatten, der sieht uns ja eh nicht, aber... Ja, ja. Schade. Man kann die Minen auch kaputt machen, indem man in den Brunnen reinspringt und sich dann irgendwie treffen lässt, aber man wird irgendwie doch nicht getroffen. Können wir da so rüberspringen? Oh! Okay, wir müssen da ganz schnell rüber. Ich weiß gar nicht, ob das so gut war, dass ich da den Quick Save gemacht habe. Okay, Moment. Neuer Plan. Springen, springen, springen. Direkt hochziehen. Egal, ob der Slick da steht. Und rennen. Nach rechts. Egal, was da ist. Oh, oh, oh. Okay, dann direkt weiter springen, springen, springen und dann chanten, wenn wir unten sind und hoffentlich nicht die Vögel verscheuchen. Hopp, hopp, hopp. Scheiße. Warum? Okay, dann muss ich nochmal nach links und nochmal nach rechts, so wie das aussieht. Damit die Vögel wieder da sind und er nicht schießt. Oh Gott, ist das kompliziert. Nur weil ich hier einen Quick Save gemacht habe. Oh, wunderschön. Oh, scheiße. Jetzt komme ich nicht mehr da hoch, ne? Oh, scheiße. Okay, das ist doch komplizierter, als ich dachte. Und warum ist der eigentlich rot, der eine? Ich muss nicht dann runterhangeln, schätze ich mal. Hm. Das finde ich jetzt nicht so toll. Das ist ein blödes Geheimnis. Das wäre schön, wenn es irgendwie was gäbe, vom Wegen geht weg. Einmal springen und dann laufen. Nee, das geht auch nicht. Ich komme da nicht dran. Das ist scheiße. Oder springen mit Anlauf. Hallo? Moment. Ich krieg das noch irgendwie hin. Ach, der ist jetzt schon wieder. Okay, ähm, dann muss ich... Wird die eigentlich zurückgesetzt, die Mine? Also, wenn ich den Bildschirm verlasse, ist sie dann wieder da, wo sie vorher war. Das wäre dann wie sehr nice. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss auf jeden Fall, ähm... Oh, das wird so dumm. Ich komme aber auch nicht mehr zurück, ne? Das ist das Blöde. Ich komme nicht mehr zurück. Kann ich mich denn an dem Roten runterlassen? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Warum sind denn jetzt die Vögel... Ach, Leute. Oder von da oben chanten. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber da ist der, glaube ich, dann zu schnell. Ich weiß nicht genau, was mit dem Slick passiert ist, aber es ist mir egal. Nein! Ach, Mann. Ich hätte einen Quick-Safe machen sollen. Das war so gut. Scheiße. Ich hoffe, das funktioniert nochmal. Okay. Das war blöd. Ich habe gewartet. Was ist mit... Ich... Okay, ich muss direkt links vom Screen stehen und chanten. Dann... Dann geht der Slick vielleicht weg. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ach, Mann. Mann. Mann, oh! Ich mach direkt, wenn die weg sind und ich weiß, dass das Lick weg ist. Dann muss ich direkt ein Quicksave machen. Okay, der ist weg. Okay, das war ganz schön, äh, hakelig, würde ich mal sagen. Eieiei. Oh. So, was ist hier irgendwas? Ah, jetzt kommt das. Drei Stück sind noch hier. Oben zwei, hier einer. Ne, zwei hier, oben einer. Oh Gott, erschreck mich mal, ey. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay. Oh.